Ernst Matthias von Köller war ein deutscher Politiker im Königreich Preußen. Leben Ernst von Köller war ein Sohn des Generallandschaftsdirektors Matthias von Köller und der Juliane Mathilde von Wedel. Er nahm 1860 an der Rupprecht-Karls-Universität Heidelberg ein Studium der Rechtswissenschaft auf und wurde im Korps-Saxo-Borussia Heidelberg aktiv. Als Inaktiver wechselte er 1861 an die Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Nach dem Staatsexamen diente er als einjährig Freiwilliger in der preußischen Armee. 1864 trat er als Auskultator in Friedeberg in den preußischen Staatsdienst. Er nahm am Deutschen Krieg teil und wurde in der Schlacht bei König Gretz schwer verwundet. Danach wurde er Regierungsreferendar bei der Regierung in Stettin. Er war von 1868 bis 1887 Landrat im Kreis Gamin. Anschließend war er zwei Jahre Polizeipräsident von Frankfurt am Main. Dort legte er eine besonders rücksichtslose und despotische Art an den Tag, um die preußischen Interessen in dem ehemals freien Stadtstaat durchzusetzen. Zudem gehörte er von 1881 bis 1888 als Mitglied der Deutsch-Konservativen Partei dem Reichstag an. Hier stimmte er 1884 für die Verlängerung des Sozialistengesetzes. Köller wurde 1889 unter Staatssekretär mit Verantwortlichkeit für das Innenresse im Ministerium für Elsass-Lothringen in Straßburg. Hier arbeitete er mit dem Reichsstadthalter Claude Weg zu Hohenlohe Schillingsfürst zusammen, bei dem er nach dessen Berufung zum Reichskanzler 1894 preußischer Innenminister wurde. Seine deutsch-konservative Haltung brachte er auch in dieser Position zur Geltung. Er stellte sich entschieden gegen liberale Politik und die Sozialdemokratie. So gehörte er zu den glühenden Befürwortern der sogenannten Umsturzvorlage, was er in einer Reichstagsrede vom 9. Mai 1895 deutlich machte. Die Vorlage, die massive Einschränkungen der Freiheitsrechte enthielt und insbesondere zu einem noch härteren Vorgehen gegen Sozialdemokraten geführt hätte, wurde letztlich abgelehnt. Im Interesse Kaiser Wilhelms II. beging er in Diskretionen gegenüber anderen Ministern, weswegen er im Dezember 1895 zurückdraht. Der Kaiser, in dessen Gunst der weiterhin stand, ernannte ihn 1897 zum Oberpräsidenten der Provinz Schleswig-Holstein. Ab 1900 war er außerdem Kommissar beim Landwirtschaftlichen Provinzialkreditverband. Seine Amtszeit sollte als Köller-Ära in die Geschichte des Landes eingehen. Köller strebte eine Germanisierung der Provinz an. Zahlreiche Dänen wurden ausgewiesen oder ergriffen von selbst die Flucht, ihre Versammlungshäuser Schlossmann. Eine Anordnung vom 20. Dezember 1898 forderte alle Eltern auf, ihre Kinder von dänischen Schulen zu nehmen, da ansonsten die dänischen Staatsbürger ihrer Gemeinden ausgewiesen werden würden. Die Sprachverordnung von 1888, die die deutsche Sprache zur alleinigen Unterrichtssprache Schleswig-Holsteins erklärte, wurde rigoros durchgesetzt. Selbst die Pfarrer sollten durch deutschgesinnte Männer ersetzt werden, wozu es in Folge Köllers Ablösung 1901 allerdings nicht mehr kam. Letztlich war seiner Politik kein Erfolg beschieden, die auch auf das persönliche Eingreifen des Kaisers zurückzuführen war. Für den Dänemark einheimlicher Verbündeter Russlands und Frankreichs war. Stattdessen stärkte sie den Zusammenhalt der dänischsprachigen Bevölkerung. Als Staatssekretär im Ministerium für Elsass-Lothringen leitete er danach bis 1908 erneut eine Region, die sich durch brisante Konflikte zwischen verschiedenen Volksgruppen auszeichnete. Auch hier war Köller nicht auf Zugeständnisse aus. Das Gesetz des Landesausschusses über das Vereins- und Versammlungsrecht vom 11. April 1905 musste auf seinen Protest hin korrigiert werden. Köller hatte sich an einer Regelung gestört, die den Mitgebrauch des Französischen im französischen Sprachgebiet gestattete. Zuletzt erhielt er 1908. Seit diesem Jahr lebte er in Kamen einen Sitz im preußischen Herrenhaus. Sein älterer Bruder war der Abgeordnete der Konservativen Partei und Präsident des preußischen Abgeordnetenhauses Georg von Köller. Schriften Urkundenbuch des Pommerschen-Geschlechts V. Köller 1280 bis 1900. Straßburger Neueste Nachrichten A. G. Straßburg 1896 bis 1911. Stammtafel des Geschlechts von Hindenburg. Aufgestellt aufgrund der Lehnsaktien und Hofgerichtsaktien im K. G. L. Staatsarchiv zu Stettin, 1918.